löschen da sind wir wieder ja wir sind wieder auf dem weg zum punkturm und ja hier stück davon 1 und dass wir dann endlich weiterkommen mal nachladen so auf geht's hoffe dass wir dann ein und zwei dahinten durchkommen jetzt drei sogar aber das ist da kein riesen ist weil da mein abkacke das wäre definitiv wieder mein abkacke das brauchen wir jetzt nicht noch mal lesen das werden wir so ist alles nachgeladen auch der riesen direkt hier natürlich der will mich doch verarschen doch dass nur der eine riese ist scheiße lauf doch warum läuft er nicht meine idee ist das doch ein abhacker noch gelaufen ach ja und man so weit dann wieder so ein kriss mann mann so gut dass ich jede mengen geduld habe ach nee regt mich das drauf immer wieder an der bekloppten stelle die jünglichen brauchen wir eigentlich nicht ja natürlich scheiß egal mutat sein was was soll das denn jetzt heißen oh oh Leider keine Munition Sportgewehr ist schon geil Egal versuchen wir uns jetzt noch mal ein bisschen zu waffen Guck mal hier erstmal nochmal Geschwindigkeit Nicht so wichtig So, sag mal hier Das machen wir auf jeden Fall mehr Munition finden Das brauchen wir So Hm, Droh, was hast du schönes für mich? So Ich kann nicht gleich die Kuppel mitnehmen Noch was für mich Das nehmen wir mit Danke Bleibt das? Ne, nur drei Stück Ja Nur drei Stück Ja, das nehmen wir definitiv damit Das ist sehr sehr praktisch Äh Wenn ich das nehmen soll Das müssen wir auch mit Mit auch auf Dauer, das wäre auch nicht schlecht Okay, alles klar, da machen wir alles schönes verbraucht Und dann können wir wieder durch waschen So Kann man nochmal hier wegen das gehen Perfekt 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 So, dann gehen wir da nochmal rein Und dann auch schnell Da hoch Nicht Ist jetzt auch dauerhaft Mal mit So Ja, kommt man es mit hier So So Weil und Äh, gut zu gern können wir es gesichert Und die Waffe Alles klar Oder für Munition Nein, leider nicht Aber wir haben eine bessere Waffe Äh Fernkampfwaffe Äh So Kann man schon aufsätze herstellen Weil ich gar nicht Kann man sich das herstellen Nö, leider nicht So Und Ah Wieder falsche Taste Bierband Äh Nix Okay Alles klar Dann lass uns mal losdampfen Hilften wir eigentlich genug Ja, oh, ich bin immer zu stark Dann kann man nur noch durch waschen Dann geht das Der Anfang ist ja leicht Also So Na, Kopfwaffe Da wäre ich lieber erstmal für das bei Wir haben noch zwei Benzin Okay Wir nehmen aber trotzdem alles mit Dass wir mitnehmen können Direkt So Wurzeln Nehmen wir gerne mit Hier ist am Anfang ist ja hier noch nix Großartig Ich bin lieber mit Da ist von der Blumen Nimm ich mit Wieder nix Da ist eine Leuchtpistole Braucht man nicht Dein Rotz Dein Rotz Komm mal hier Komm ich mache ich blatt hier Oh, jetzt hingesetzt Jetzt hingesetzt Jetzt hingesetzt Wurde mir zugucken Nun So Sehr nice Kann ich abgleich machen So So haben wir noch Aktion Die Will ich nicht unbedingt machen Wo es eigentlich am Anfang sehr einfach ist Wo es eigentlich am Anfang sehr einfach ist Ich habe eh keine Batterie also Ich habe eh keine Batterie also Da ist nichts Wir haben mir dann lieber eher so ein Ding da rollen Das Das Einzige was ich holen würde aber Na gut, bringt mir jetzt nichts So, komm her Ja Munition Sehr gut Braucht man Zwei Ah, schon mal gar keine Batterie Fuck Okay Warte mal abgleich Jetzt ist kein Benzin 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 Malweise gibt es hier auch noch Benzin auch noch Okay Die ist eine Feuerstelle Ich nehme gerne mit Die wird man so herstellen können So Stehst du auf? Danke So Was haben wir hier? Äh Was ist das? Gesundheit Ach Ja Dann nehmen wir mal So Was siehst du? So Unbekannt Gegengift Komm, dann machen wir lieber noch einen Ich spüre was das gut sein soll Kann ich sonst nichts machen So, hier Eins haben wir hier Gegengift Halbgift Cool Äh Benzin wäre ja nicht noch schlecht Das brauchen wir nicht Was ist das hier eigentlich glaube ich gar nichts Gucken wir uns hin mal ein bisschen um Taschenmesser Oh Was ist das für eine Waffe? Also haben wir schon einen Gut, aber egal Äh Gibt es aus kein Benzin Äh 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 So Äh 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 Kann man hinten noch irgendwas mitnehmen? Äh Äh Ja Hier ist noch eine Pflanze, die mich gerne mitnehmen Nicht hochklettern Haben wir hier drin Haben wir hier irgendwas spezielles drin? So, ne, das soll ich schon nicht machen Saubes Wasser Saubes Wasser Hier noch irgendwas Hier kann man nur was Fenster hübschen Dose Was ist denn mit einer Dose? Habe mal die bei Muni Küchenmesser Die Sachen reparieren Das wär' auch nicht schlecht Maja Hier war auch kurz was angezeigt Ja Hier war auch kurz was angezeigt Ja Eine Bergbank hier nehmen. Meine Werkbanken, ja gut, dann glaube ich, oder? So. Ich muss mal hier laden. Okay, na. Warte, egal. Immer dahin. Am Anfang ist es ja egal. Ab der zweiten muss man eher aufpassen wegen dem scheiß Krabbler und dem Riesen. Das ist das einzige, was mich so ein bisschen nervt. Hier haben wir eine Feuerstelle. So, was haben wir denn hier so schönes? Hoben mal eine Feuerstelle. Dann gehen wir erst mal hier runter. Wir haben eine kleine Gruppe. Das kann man nicht mitnehmen. Leider. Hier ist die Bergbank. Das ist aber sehr nice. Machen wir immer die kleinen. Machen wir immer hier alles platt. So. Schauen wir mal. Hier ist die Bergbank. Ach schau, ich habe gar keine Reste. Fuck. Da haben wir uns ein paar Verbände. Ein Medikit. Alles Neues. Was? Ich kann mir einen Todbringer herstellen? Wer ist das denn? Okay. Und keine Reste. Das ist klasse. Uns die Waffen herzustellen. Was haben wir hier noch? Das ist alles da oben. Ja, da haben wir noch ein Fragezeichen da oben. So. Aber laut Wings müssten wir ja eigentlich auch mehr Munition finden. Was eigentlich sehr, sehr, sehr praktisch ist. Wir haben eine neue Waffe. Das bringt die uns nichts. Wir nehmen das dann mit. Wir nehmen das. Benzin haben wir da. Im Haus. Ich hätte nicht gedacht, im Haus. Das ist leicht ab. Ja, toll. Zahnrad nehmen wir mal mit. Zahnrad nehmen wir mal mit. So, hat der mich jetzt entdeckt. Oh. Hast du ein paar Reste für mich? Ja, Kugeln wir ihn auch. So, na komm. Mach mal. Das ist Küchenmesser hier. Wow. Kommen wir noch mit ein. Einen Schritt weiter. So. Oh Gott. Der ist mittendrin. Ja, die geht dahin. Das wäre mir dann zu blöd. So. Hier haben wir ja noch ein paar Zornisse. Oh Gott. Wir haben aber viel zum durchgucken. Na ja, fangen wir mal hier an. Äh. Ich muss nicht hier ein, danke. So. Wir haben das. Das brauchen wir nicht. Bei der normalen. Ja. Schlappen. Das ist ja nur eine Tasche. Bett brauchen wir nicht, wir haben ein paar Zombies da mit, so die auch wieder erledigt ich hab doch hier nix dabei so, das Auto ist ja hier, perfekt war nochmal 30 gewonnen wir machen das mal hier hoch Seilwagen, hast du nur eine Zone drin? Schade Schade also normale Zombies aber auch viele, die sind viele da geht es einmal runter ich mach da eine andere Nahtkopfwaffe wir machen gar kein Gebrei jetzt machen wir auch ein bisschen Hackfleisch aus denen weil ich uns angreifen ja ja okay, alles klar, wir haben es alle erledigt sooo was haben wir hier noch so, na gut Benzin ist auch direkt hier, das ist sehr nice ja guck mal ja so yes sollte reichen dann hoffe ich mal, dass es reicht so guck mal, dass es nicht wieder hier eine Falle ist auch noch so wie schön ist Schmerztabletten auch gut schnell weg hier wirst man eigentlich alles haben hier, ne? genau so da geht es jetzt bestimmt nicht runter so schnell weg genau weg wir haben ja bestimmt noch irgendwo einen Unterschlupf, ne? Steck wo wir haben... ah hier haben wir einen Unterschlupf perfekt so da können wir uns noch ein paar Sachen eindecken so nicht zuschlagen Sachen eindecken so so nix mehr gut schön voll mal da was anderes steht da gut drei auch nicht schlecht und sagen wir hier schönes Ziegelstein das ist ein Ziegelstein Ne, Muni da 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 keine Reste ne leider keine Reste ne leider keine Reste so ah fehlen wir noch neun Mist Nahkampf Giftbeständigkeit ist das da ist sowas voll können eindringen brauchen wir nicht helfen auf nicht holen schaden das könnte sehr nützlich sein so das kommt noch hier einstern ja ausdauer nehmen wir zweimal mit so hier ausdauer ausdauer dann haben wir auch genug immer eigentlich ganz gut gerüstet ja gut gerüstet ja perfekt aber ich würde sagen wenn es euch gefallen hat gerne einen solchen da lassen bis dann bis dann Ciao